Waffen der Loge. Großlaufjagdgebiet. Was ist das? Questauftrag? Nebenquest. Erlangen alle Halbsonnen. Mal sehen, was wir da machen müssen. Kann ich mich da nicht hinporten? Ah, nehmen wir das Lager. Ja. Neurals ist momentan deaktiviert. Ah ja. Du einen ins Gesicht. Du einen ins Gesicht. You go down just like going marid. Ja, der kriegt voll ins Gesicht und überlebt es. Dead Loge. So, hinter. Ist das da, wo ich reingekommen bin am Meridian? Wo ist denn der Jägerhaini? Wahrscheinlich da oben, ne? Wo das Seile runterführt. Ja, der ist da, wo ich angekommen bin am Meridian. Eine Quest müssen wir, glaube ich, noch haben und dann müssen wir den Jägerhaini hier fertig haben. Ja klar. Ähm. Achso. Aber erstmal mit dir labern. So, hier. Verkaufen da. Modifikation. Alles, was grün ist, kann weg. Ich brauche nur blau und lila. Oder gold, wenn noch. Wehrschaden, den können wir vielleicht mal behalten, aber weg. So. Waffen. Der Seilwerfer. Hat der einen besseren wahrscheinlich, oder? Schatten-Scharfschussbogen. Okay. Schatten-Stolperfalle. Hier habe ich einen Schrauberfalle, habe ich auch schon. Schatten, ne? Ja. Schattenschleuder. Wirft Elementbomben mit großem Wirkungsbereich nützlich, um Ziele in Elementarzustände zu versetzen und sie so anfällig für Nachfolgeangriffe zu machen, kann modifiziert werden. Kann ich mir gar nicht holen, weil mir das zu was fehlt. Plünderer jetzt fehlt mir hier. Schattenjägerbogen habe ich schon. Mhm, 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 mhm. Eko-Hülse. Schleuder ist gar nicht so schlecht wahrscheinlich, ne? Aber ich habe meine Stolperfalle noch nicht modifiziert. Äh, modifizieren. Hier wandert. Ah, F. Plus 27 Schaden plus Eis. Plus 38 Schock. Schock. Ja, rein damit. Nochmal mehr Schock. Rein damit. Schock und Schaden. Rein damit. Der absolute Schocker. So, das ist mein Schattenkaterbogen. 14 Schaden. 27 Schaden plus Eis. Ja, gib mal her. Ein bisschen mehr Damage kann ja nicht schaden. Das ist der Scharfschussbogen. Da habe ich jetzt nichts mehr für, ne? Gut, gut. Da habe ich hier drin Eisschutz. Feuerschutz. Feuerschutz. Schockschutz. Nahkampfschutz. Verderbende Schutz. Äh, können wir mal machen. Feinbeutel. Ja. So. Das ist ja alles nicht die Welt. Reichhaltiges Fleisch. Fleisch. Reichhaltiges Fleisch, ne? Okay. Hast du ein besseres Outfit? Nora überleben dir schwer. Ja. Brustung einer Nora Kriegerin für den Fronteinsatz im Kriegstrupp verstärkt. Die metallüberzogene Brustplatte schützen bei Nahkampfangriffen. Weniger gehört werden. Vor Schockangriffen schützen. Damn! Das sieht sick aus. Vor Feuer. Ist aber sehr anpassbar. Und das ist vor Verderbnisschutz, ne? Verderbnisschutz ist natürlich auch nicht so schlecht. Anpassbar auch nicht so schlecht, ne? Fallbeicherin. Mehr so für... Bogenschützen, ne? Aber mich reizt entweder das nicht so, weil ich sowieso entweder das hier oder hier das. Das könnte ich sogar herstellen. Und dann haben wir guten Schutz vor allem, mehr oder weniger. Oder das heißt gut, aber... Ein Anfangsschutz. Oder man macht sich so mehrere Outfits. Das wechselt immer hier nach Fein, ne? Dann wechselt immer hier nach Fein, ne? Dann wechselt immer hier nach Fein, ne? Oder habe ich das Grün... Ey, ich habe das Blaues an. Das hier habe ich jetzt an. Stille Nora Jägerin Mittel. Also wenn ich mir das hole, dann kann ich mir auch da hinten schwer holen. Kristallgeflecht. Wo kriege ich denn Kristallgeflecht? Noch nie gehört, noch nie gesehen. Stärkungstrank, gesunder Stärkung... Oh, nicht schlecht. Nehme ich mal ein paar mit. Anouk-Figuren, dafür wieder Fleisch. Das kann ich gut gebrauchen. Ich glaube, da hinten kämpfen wieder die Heinis gegen das Vieh. Schatzkissen. Kein Platz dafür. Dafür habe ich Platz. Dafür habe ich keinen Platz. Keinen Platz. Metallscherben nehmen wir immer. Draht auch. So. Oh, Fleisch kriege ich hier raus. Wäre so gut, dass die Kisten nicht weg gehen. Hier hätte ich ein Wächterherz. Ich glaube, ein Wächterherz braucht die, ne? Wird halt eine zum Kaufen quasi. So, ne. Will ich jetzt gar nicht aktivieren. So. Der hat ein feines Gewand. Willst du es nochmal wagen? Teile zusammentrieb. Bei dieser Prüfung musst du einen Trampler fangen und das Teil unter seinem Bauch abschießen. Die selbe hätte ich auch ausgewählt. Rutsch ein Seil runter und die Zeit läuft. Einen Trampler fangen. Ist das ein Trampler? Ja. Und das Ding unter seinen Bauch abschießen. Das sollte doch machbar sein, oder nicht? Oh, warte. Bei zweien. Ja. Ja. Ja, ihr habt es geschafft. Bekir. Sie sind nämlich extrem sauer. Ha. 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 Ieasy. Was ist denn hier der A... Man muss hier bei Steine gehen, oder? Geschafft. Eine Glüssonne schon beim ersten Versuch? Ja klar. Herzlichen Glückwunsch. Ich sollte jetzt los. Bis die nächsten Jagd. Blutsonne, 3 von 3 Und ein Fertigkeitspunkt, Alter Alter, wir haben 6 Stück WTF Mehr Schaden bei Schlagangriffen Oh, auch bei stiller Bei stiller Schlag Und so auch, ne Vielleicht gar nicht so schlecht für große Tiere Schwerlastträger notwendig, wo ist das denn? Hier, ah, okay 2 5 Dann geht man, dass sich mit schweren Waffen Zu schneller zu bewegen, ist ja auch nicht so schlecht Aber dann nehme ich jetzt mal das hier Mehr Damage bei dem Sneak Attacks und so Stufe 25 Mal eben schnell speichern Das lief echt gut Echt, echt gut Was ist denn das? Das ist ein anderer Anderes Jagdgebiet Boah, ich brauch unbedingt Healing, ne? Ah, ich hab hier noch was Ein Trank Das hast du davon, dass du hier so rumhängst Wenn ich dir die Gabel im Arsch steck, Junge So, zack Hat er zu für Aufgaben Ich bin einfach nur ein Händler Das ist ja gar keine Aufgaben Die haben aber alle dasselbe, ne? Was finde ich mit dem Scharfschussbogen Das finde ich wiederum interessant 800 Komm, wir nehmen den mit, komm Ja, komm Komm, komm Hier Verkaufen Den hier Zack Ich hab noch so einen Billo-Seilwerfer, ne? Muss ich mir auch mal einen besseren holen Hast du einen guten Seilwerfer? Der wäre ein Grün, ey Hab ich gar nicht mit Einen blauen gibt's noch, aber keinen Leder, ne? Schleuder halt Ah ja, interessant So Modifizieren kann ich den eh nicht, ne? Weil ich Oder? Hab ich noch was? Ne Okay Okay, das ist Ich dachte hier war Da ist das kleine Jagdgebiet-Symbol Deswegen dachte ich, dass er eine Jägerin Wegen dem Symbol, was da war Aber das war einfach nur Betreut werden Zwei Zahn Da ist eine verdorbene Zone Ich glaube für die verdorbene Zone Hole ich mir auch mal diese verdorbene Ausrüstung Äh, also die anti-verdorbenen Ausrüstung Und dann Können wir die mal abklappern Das glaube ich mit am sinnvollsten Hier war da auch noch irgendwo ein Jagdgebiet, oder nicht? Ruin Händler So viele Symbole Ich blicke gar nicht mehr durch Ja, hier ist das Jagdgebiet Hier ist eins Waffen der Loge Okay, was haben wir noch für Quests? Ein Grenzgebiet 4 von 15 Sonnen Finde eine Verwendung für die alte Energiezelle So für 25 Das war auch in dem ersten Gebiet, ne? Ja Das können wir machen Mal sehen, was uns das bringt So, Alter Guckt mich so einen Haufen Tiere da an Oder Viecher Das hier, ne? Ja Man kann nie zu gut vorbereitet sein Stein Mehr Healing Sehr gut Was ist das hier? Was ist das hier? Äh, ups Beutepfeil, Präzisionsfall, Zersprengerfall Der macht Rüstung kaputt Was macht der Beutepfeil? Wir werden es herausfinden An dem Huhn Er hat Platz für Knochen Oder ist er dafür da, um so Sachen abzuschießen, Mr Das wird dir nicht gefallen Hallo So, ich brauch dich Gib mir deinen Wackelerarsch hier Und mitkommen Äh, wieso hat das nicht von oben aufgehört? Äh, vom Pferd aus So mein ich Von oben Doch, exakt, jetzt geht's Man So Wenn du nur die Pflanze hier aufheben Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los Irgendwo soll das hier sein Da ist noch ein hier Zack Wahrscheinlich irgendwo ein Loch im Boden, ne? Vielleicht hier? Ah, hier wahrscheinlich, oder? Alles oder nichts? Ne Pflanze Metallblumen Ruinen der alten Welt Hey, und what the fuck ist das? Oder Gewebetests Äh, Hinweise Gewebe verringt sich nicht richtig bei lokaler Aufbreitest Wir müssen die vorhandenen Sensoren verbessern oder mehr hinzufügen Sensoroptimierung erfolgreich Torsorschutz jedoch noch Rückstände Rückstände Rückständig So Große Gewebedichte wird empfohlen Die Gewebedichte und Ordnungsbauteile machen Vortritte, aber kein Aber ein Integrationsfehler am linken Knie ließ den Aufbreitest fehlschlagen Autsch Die Testperson wird sich davon nicht so schnell erholen Chirurgischer Eingriff erforderlich Wäre es cooler, wenn es immer so kleine mini animierte Videos gäbe Wie am Anfang des Spiels, wo wir so diese Ja, die, die, äh, die Erinnerungen von den Toten sahen Das habe ich nicht mehr gesehen, seit ich klein war Ich glaube, die Alten haben solche Zahlen verwendet, um die Zeit anzuzeigen In den Geräten sind keine Energiezellen Ich brauche Energiezellen, um sie in Gang zu bekommen Ah So, passt Jetzt fehlt nur noch eine Wo kriege ich die her? Rotes Licht Ich komme nicht rein Die ist nicht zufällig hier irgendwo unten Hm Nope Ich weiß nicht mal, wo ich die erste Energiezelle gefunden habe Wo bin ich hier denn? Ach so, Page up Ich wusste nicht, was hier jetzt passiert Ich habe ein bisschen Angst Oh, ich habe hier ein neuer Da ist ein Dorf Ich glaube, anders komme ich hier gar nicht raus, oder? Hier müssen wir noch eine Energiezelle finden Guten Tag Quest Finde Verwendung für die Energiezelle Ich glaube, ich habe da jetzt nichts falsch gemacht Dann nehme ich hier das Gefäß mit Und dann gehe ich da zu dem Dorf Wahrscheinlich habe ich irgendwas übersehen Oder er hätte irgendwas überbrücken können, oder? Ich weiß es auch nicht Aaaaaah Zack Irgendwo da unten Hä? Oh, hier vielleicht? Nope Ah, vielleicht gibt es ja hier in der Ruine einen Weg runter Wächter Wächter Nein, die Schnauze Ruhe Zack Ruhe Wir dürfen nach dem alten Gefäß Hä? Get fucked Oh, jetzt Ruhe hier Ich bin in dem Suchgebiet, ne? Ja Jetzt werden mir die ganze Zeit die Materialien von ihnen angezeigt, was ist das? Alte Trümer Ja, könnte es Könnte da drin sein? Da ist halt die Lanners Ja So, dann haben wir das auch Und dann mache ich jetzt ein Dorf hinter mir Anlage, da ist Oh, mein Pferd ist noch quasi in der Nähe Äh, was ist das? Da Gut Hängt zwar am Baum fest, aber Hat sich alle Mühe gegeben Mutterberg Mutterberg War ich hier nicht schon mal? Nein Das ist nicht unnatürlich Mach das, ihr Pfeifen Ich bin der Sucher Was passiert denn mit dem Pferd? Was zum Teufel? So etwas habe ich noch nie gesehen Hast du dein ewiges Gedächtnis die ganze Welt? Ja Du bist Eloy, nicht wahr? Dein Sieg in Teufelsleid ist in aller Munde Es ehrt mich, dir gegenüber zu stehen Mach meinetwegen kein Aufhebens Für wen hast du gebetet? Meine Schwester Nakoa Sie sucht im Norden nach dem Kaja-Offizier Said Einem Hauptmann der Roten Raubzüge Ich Ich sorge mich um sie Äh, ist Nakoa eine Sucherin? Haben die Stammmütter Nakoa wirklich erlaubt zu gehen? Nein Sie weigerten sich Doch sie ließ sich nicht abhalten, Said zu verfolgen Er Er hat unseren Vater bei den Raubzügen ermordet Nakoa sah es mit an Versteckte sich im Keller und zwang sich zuzusehen Es veränderte sie Äh, rote Raubzüge Ich lebte während der roten Raubzüge im Becken Wie war es hier draußen? Zehn Jahre lang griffen die Kaja ohne Vorwarnung an Teufel wie Said schlachteten Krieger ab Und entführten Zivilisten für Blutopfer Es endete als der verrückte Sonnenkönig starb Laut den Stammmüttern will sein Sohn alles bereinigen Aber das reichte Nakoa nicht War sie nicht begleitet? Du hättest mit ihr gehen können Das heilige Land verlassen und Urmut das ewiges Gedächtnis verlieren? Nein Ich flehte Nakoa an zu bleiben, um diesem Schicksal zu entgehen Sie sagte, es sei ihr egal Keine Ahnung Ist sie wirklich verflucht, wenn sie unseren Vater rächt? Das wäre Grausam Ich tue im Nakoa, was ich kann Ich halte Ausschau nach ihr Oh Mutter, segne dich Ich weiß, die Stammmütter lassen sie nicht zurück ins heilige Land Aber ich muss wissen, dass es ihr gut geht Sie muss durch Mutterkrone gekommen sein Meine Tante Solai lebt dort Vielleicht weiß sie etwas Und hat mehr Hinweise für dich Wir haben schon mal eine Quest gemacht Für jemanden, der so ähnlich aussah wie er, ne? Ich weiß nur den Namen nicht mehr Jen oder wie der hieß, wo wir die Freunde gesucht haben Von dem, die da in der Die sich da auf dem Dach versteckt haben Oder auf der zweiten Etage, oder was das war Vier Dieser Krieger Klingt, als hätte er Schmerzen Ja Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er stirbt Ich hab schon Sterbende gesehen Aber nie unter solchen Schmerzen Ich will stark sein wie du Aber Ich kann ihm gar nicht helfen Ich habe nicht mal Traumweide für seine Schmerzen In Lagern an Kriegspfaden östlich müsste welche sein Aber Ich muss bei diesem Mann wachen Könntest du vielleicht in den Lagern nachsehen? Schon etwas davon würde den Schmerz lindern Weißt du, wer ich bin? Du hast gesagt Du wärst gern stark wie ich Du Weißt also, wer ich bin? Tu ich Ich weiß, viele wollten dich bei der Erprobung nicht Aber ohne dich Wären alle gestorben So viel wissen wir also Gebraucht wurde die Person, die der Stamm nicht wollte Ich würde mir gern deinen Mut borgen Für ihn Du musst nichts borgen, was du schon besitzt Ich hoffe es Äh, Sterbende Krieger Wie wurde der Mann in deiner Obhut verletzt? Er gehörte zum Kriegstrupp Und wurde unten am Grat verletzt Er war zu schwach für die Reise nach Mutterherz Darum brachten sie ihn her Ich soll ihn trösten Doch ich kann ihm nur zuflüstern Ihn ans Lächeln seiner Mutter erinnern Konntest du den Hinterhalt sehen? Hören Explosionen und Schreie und Das Geheul von Maschinen wie Monster Davon stöhnt und murmelt er dauernd Albtraummaschinen, die jeden in Stücke reißen Könnte ich ihm nur helfen All das zu vergessen und in Frieden zur Urmutter zu gehen Lager mit Traumweide Sag nochmal was du brauchst Traumweide Ein Öl aus der Rinde der Wasserweide Das Schlaf bringt und Schmerz betäubt Ich habe nichts mehr Aber Jäger haben Lager an Kriegerpfaden Wo Tiere und Maschinen nicht herankommen In Lagern an Kriegerpfaden im Osten müsste noch welche sein Äh, bist du eine Heilerin? Du bist jung für eine Heilerin, nicht wahr? Ja Ich lerne noch die Grundlagen Alle wahren Heiler werden in Mutterherz gebraucht Außerdem Gibt es für diesen Krieger keine Heilung Was er braucht, ist jemand, der ihm beisteht Und das Kann ich tun Dann besorge ich die Traumweide Ich suche in den Lagern nach Traumweide, wenn ich es schaffe Wirklich? Danke Ich möchte doch nur das Leid dieses Mannes lindern Okidoki Das Leere hier alles, glaube ich, ne? Ja Das ist Ach, Mutterherz Hier waren wir Stimmt Ah, sie Sieht fast genauso aus Was ist denn das? Wie habe ich das entdeckt? Ein Stein Da 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 Dass er das alles gebaut hat Allein So viele Erinnerungen Das ist nicht mehr mein Zuhause Nicht ohne Rust Hier gibt es nichts mehr für mich So Kann ich hier rein? No Dann ist das bestimmt Oh, ich weiß was Das ist bestimmt Ein Stein, hä? Oh, Scrab Was hält sich An diesem Ort kann ich nicht folgen Ich hätte wissen müssen, dass du Bei der Erprobung Über mich wachst Und für mich da bist wie niemand sonst Wie immer Ein letztes Mal Danke, Rust Ich werde dein Geschenk nicht vergeuden Versprochen Ich mach dich stolz Ich hab versucht Dahinter zu kommen, aber Nichts ergibt Sinn Die Mörder wollten mich Weil ich so aussehe wie Diese Frau Älter Mit kurzem Haar Aber warum? Und Wo ist die Verbindung? Wenn sie meine Mutter ist Sie sieht nicht nach Nora aus Aber wenn sie im Berg lebt Woher wussten die Mörder von ihr? Je mehr ich erfahre Desto weniger verstehe ich Ich muss Olin finden Ein Außenseiter Er war beim Fest Am Vorabend der Erprobung Irgendwie Sahen die Mörder mich durch seinen Fokus Und er wusste es Er hätte mich warnen können Aber die Mörder Sie Sie haben seine Familie Trotzdem ist er Verantwortlich Für den Tod aller Für deinen Wenn ich ihn finde Wird er mir alles verraten Was er weiß Und er wird bezahlen Die Mörder von der Erprobung Die werden niemandem mehr was tun Ich hab sie bis Teufelsleid verfolgt Wir haben gekämpft Und gesiegt Weil er Hat mich beeindruckt Er hat Mutterprobleme Aber Ich mag ihn Ich Ich muss jetzt zu Olin Ich versuche bald wieder zu kommen Ich Sollte gehen Wenn es geht Komme ich bald wieder Oha Sein 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 Ding da oben ist Das war es fürs Erste Ich versuche wieder zu kommen Oh in Frieden Plünderer Areal Und da ist noch eine Metallblume Wenn wir schon mal hier sind Rust hätte es so gewollt Dass wir uns diese Blume nehmen Nach vorne schauen und weiterleben So wie die Familie es gewollt hätte Wie Rust Ist gewollt hätte Ich hoffe ich gehe in den richtigen Weg Da ist sie Die Blume Das ist dann wohl doch ein bisschen tief Ähm Aber möglich wäre es Was passiert denn da draußen schon wieder Aber wie würde man hier runter kommen Hier Kann mich ja nirgendwo abseilen Okay Der Aktiv Modus Äh Ich trau mich aber nicht Okay Ich habe genug Skyrim gespielt I believe in myself Oh Das ist der offizielle Weg Ich sehe das ganz genau Hier Der braunen Spur folgen Nicht zu viel glitschen Easy Haha So und deswegen sollte man Skyrim spielen Weil solche Wege kommt man nicht nur lebend runter Sondern auch Lieder rauf Ja Das lernt man nur bei Skyrim Ich sage es euch Vertraut mir Hallo Kannst du Hm Das wird zu schwer Hm Das wird zu schwer Aber sonst ist hier gar nichts ne Nur ein Plünderer Areal Kann ich die eigentlich auch auslöschen Die Areale Areale Ich glaube die haben manchmal Kisten ne Ich gucke jetzt einmal Wenn ich sowieso hier bin Wo ist das Plünderer Areal Kann ich die nicht mittlerweile auch hacken Oha voll weit Da fangen die ersten Lichter an zu scheinen Oh der scheint mir doch Es schüttet wie aus Eimern Boah deckt in den Hoden Sack ey Kämpfe für mich Mein Platt Gott damn Da wurde eigentlich niedergeschlagen Der kann ja gar nichts Das ist der Sprengerfall Jetzt muss ich kämpfen Ähm Er hat incidente Überbrückung aufgehoben Das finde ich aber unfreundlich So ich gehe jetzt hier auf den Stein Nein Nein Eine schon mal weg Die erste Maschine wurde erledigt Ich muss ja wahrscheinlich auch die vitalen Punkte schießen Ne So da so hin Aber ich wollte gerade Alter Mann Der Baumstumpf Hier an dem kack Baumstumpf Hänge ich fest Da unten dran Alter der Kampf war unnötig schwer Das war wirklich unnötig schwer Einfach nur Weird So was ist hier drin Das war der Loot aus dem Plünderergewebe ne Äh Plündererareal Nahkampfschutz Oder habe ich hier noch was übersehen Plündererhaufen Oh warte mal was ist das Ekohölz Die müssen wir mitnehmen Die brauche ich zum kaufen Äh Rohstoffe Ja Lieber hatte ich die Eier Die eine Feuerbrandwurzel Ja damit Da ist ein Fuchs Energieelement Energieelement Ah ne noch nicht Also schon aber Kann ich eh nicht aufheben Vielleicht irgendwas zum scannen So Dann haben wir da auch wenigstens mal geguckt Da ist ein Panorama Ein altes Gefäß Wie gibt dich ne Mutterkrone Hier rache eine Tochter So Dafür muss ich ne Mutter Wait what Sprich mir so lei Mit so lala spreche ich da Dann mach hin da Na wer von euch Kleinen dreckigen Säcken Hier so lei Du wirst jetzt mir sagen Was da passiert ist So lei müsste hier irgendwo sein War ich hier nicht schon Na klar Hier ist ja auch das wo Die Kriegsführerin ist Oder nicht Du wirst wahrscheinlich so lei Ne Nevermind der so lei Wann ist eine Ausgestoßene Zum letzten Mal Sucherin geworden Noch nie wahrscheinlich Bist du so lei Jan sagte Deine Nichte wäre hier gewesen Na klar Dazu habe ich nichts zu sagen Bitte Ich möchte nur helfen Ich bin Sucherin Und will nach Norden Jan bat mich sie zu suchen Was du mir sagst Bleibt unter uns Ich Gab ihr Proviant Für die Reise nach Norden Sie wollte zum Tagturm Auf der Suche nach Said Ich konnte sie nicht aufhalten Entschuldige Ich bin gerade vorher Gegen das Mikrofon gekommen Äh Tagturm Kannst du mir etwas Über den Tagturm erzählen Das ist ein Kajafor Direkt an der Grenze Sie sammelten dort Nora Gefangene Um sie nach Meridian Zu bringen Und töten zu können Ich wollte Nakoa aufhalten Was will eine Nora ausrichten Es war zwecklos Sie ist besessen Davon Said zu finden Said? Wer ist Said? Was weißt du über Said? Er ist tollwütig Ein Mörder Der Schlimmste Der Schlimmste Der Roten Räuber Er tötete meinen Bruder Und Nakoa sah alles mit an Ich bat sie zwar nicht zu gehen Doch Ein Teil von mir wollte es Ich will seinen Tod Ebenso sehr wie sie Du weißt nicht Wie das ist Er Verstümmelte Meinen Bruder Und doch bewegt er sich Frei unter den Kajar Ich verstehe Besser als du glaubst Ich halte die Augen auf Nach Nakoa Ich suche Nakoa Wenn ich zum Tagturm komme Sie kann nicht zurückkommen Die Stammmütte erlauben es nicht Aber ich wäre dir dankbar Wenn du sie finden Und ihr helfen würdest Und bitte Behandle die Sache vertraulich Werde ich Versprochen So Die Verderbnis Ich hab einiges gesehen Mein Freund Mehr als du Oh wir sind ganz in der Nähe Von der Waffenloge hier Obwohl von hier aus Komm wir gehen mal Da renne ich auch mal eben in 200 Meter So weit ist das ja nicht Vielleicht machen wir dann noch da Die Loge ein bisschen Wir brauchen noch ein paar Glutsonnen Ich würde nämlich gerne die Spezialrüstung Waffen und was weiß ich nicht Da alles haben Das ist ja nicht so weit ist das 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 ja nicht so